Hi, ich bin Moritz, Coach, Trainer und früherer Profisportler und ich lade euch ganz herzlich ein zu Mindset Teil 1 Autosuggestion. Ich möchte euch heute ein Tool vorstellen, ein Werkzeug, das aus dem Profisport stammt, wo dem Profisport ganz viel genutzt wird und das ihr perfekt nutzen könnt in eurem privaten, in eurem Business-Kontext, um zum Beispiel eine Präsentation besser vorzubereiten, euch auf ein wichtiges Gespräch vorzubereiten oder in den Pitch zu gehen. Es ist ganz einfach anwendbar, es wird nicht nur im Leistungssport erfolgreich angewandt, sondern ihr könnt es auch ganz praktisch nutzen. Bei mir hat es so ausgesehen, wenn ich Autosuggestion oder einen Glaubenssatz, so könnt ihr das auch nennen, für mich genutzt habe, dass ich mich an die Startlinie gestellt habe bei einem Wettkampf und mir kurz bevor das Startsignal kam, noch eine positive Botschaft zugesprochen hat. Das war Autosuggestion, so wie es für mich funktioniert hat. Also der Starter gibt das Kommando auf die Plätze, fertig, los und kurz bevor er das sagt, wenn ich schon an der Startlinie stehe, gehe ich noch mal kurz in mich und murmle mir selbst, hörbar, aber leise die Worte zu, das wird gut, das ziehe ich durch. Nur so laut, dass ich selbst hören konnte, um mich rum im Stadion hat es kein anderer gehört. Und dadurch, dass ich selbst diese Botschaft spreche, diese Worte ausspreche, höre ich sie natürlich auch selbst und ich kann mich gar nicht dagegen wehren, dass mein Gehör, mein Gehirn diese positive Botschaft aufnimmt, verarbeitet und ich mir selbst da ein positives Signal gebe und mich da auch selbst bestärke. Einfach nur, indem ich diese Worte ganz bewusst einmal für mich selbst murmle. Und das könnt ihr auch machen. Das könnt ihr nicht nur im Sport machen natürlich, sondern vor jeder wichtigen Situation, in die ihr euch begebt, in der ihr Power wollt, in der ihr euch genau auf eine Sache fokussieren wollt, die für euch gut laufen soll. Und wichtig ist dafür, sucht euch eine positive Botschaft. Also formuliert wirklich etwas, was eintreten soll, was passieren soll. Das wird gut, das ziehe ich durch. Anstatt, das wird nicht schief gehen. Also positive Formulierung, sprecht das laut aus, sodass ihr das zumindest selbst hören könnt, dass es bei euch im Gehör, in den Ohren ankommt und dadurch im Kopf. Und dann könnt ihr auch schon schauen, wie es euch damit geht, was ihr für ein gutes Gefühl daraus ziehen könnt, wenn ihr euch damit noch besser, noch stärker auf diese Situation, auf diese Herausforderung vorbereitet habt. Ich wünsche euch viel Erfolg damit, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.